Ja, bei mir ist einer der europäischen Megastars, der vielen hier im Stadion natürlich ein Begriff ist, aber Millionen an den Bildschirmen aus. Bei mir ist Tarkan, in Deutschland geboren, in Altsai, nicht weit entfernt von Mainz und im Alter von 13 Jahren zurückgegangen, die Türkei, warum? Nein, meine Familie in die Türkei zurückfahren wollte und so bin ich mitgefahren und ich bin sehr glücklich, dass ich die Türkei kennenlernen durfte. Er hat eine klassische Musikausbildung, ist dann ganz plötzlich ein Rock und Pop da geworden. Welches war der größte Hit? Schikidem war der größte Hit, glaube ich, das war mein erster Hit. Ich weiß, Sie haben eine Gänsehaut, Sie haben viele tausend Freunde hier im Stadion. Sie haben Millionen Freunde an den Bildschirmen. Was werden Sie uns singen? Bugün, bugün, heute Nacht, heute Nacht, heute Nacht mit Tarkan! Bis zum nächsten Mal! Gedoх encant! Bis zum nächsten Mal! EgweneIR MINIEN! Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020